Hallo, wo sind denn die ganzen Gegner? Da sind welche. Da sind doch welche drin. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. So, lasst euch mal schön angreifen. Sehr gut. Hier auch noch. Du bist unmächtig geworden. Warum? Also, obwohl das ist eigentlich nicht ganz richtig. Oh, oh. Äh, warte. Wir müssen mal kurz gucken, was hier drin ist. Komm gleich. Bin gleich da. Gleich bin ich da. Liliana, halt durch. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Ich komme gleich. Oh nein. Was machen wir denn jetzt schon wieder? Können wir hier was benutzen? Ja, aber das bringt nicht viel. Schade, dass wir das nicht machen können. Das ist nicht gut. Bom, 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 bom. Hä? Warte mal. Das war falsch. Hier, so. Liliana, nimm mal eben das Todewurzel. Todeswurzelzeug. So, hammers. So, jetzt geh mal eben helfen. Ja. Sehr schön. Hau drauf. Liliana, du hast sehr gut die Stellung gehalten. Ich bin sehr stolz auf dich. Wie ihr meint. Ach man, das macht doch so keinen Spaß. Was soll denn das? Nichts können wir mitnehmen. Da können wir rein. Da sind hoffenweise Leute. Geld. Hast du Geld? Ja, sehr gut. Äh, nein. So. Wo sind wir denn? Da unten. Hier sind wir. Hier geht irgendwie die Treppe hoch und da geht es in den Raum rein. Und da sind Gegner. Geh mal eben die Treppe runter. Vielleicht ist das ja auch nur ein Raum. Ah ja, sehr gut. Ist nur ein Raum. Was haben wir hier? Geld? Nein. Leider nein. Leider kein Geld. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Ja, dich können wir auch nicht ausrauben. Dann gehen wir mal hier reingucken. Halt! Alle stehen bleiben. Hier, guck mal. Du kannst den, den da, den angreifen. Aber von hier aus. Okay? Ich bin bereit. Sehr gut machst du das. So. Jetzt greif dir bitte alle den an. Hey! Warte aber noch eine. Das ist ja doof. Du könntest du vielleicht mal da rausgehen. Das ist ja gemein. Was ist denn das hier? Okay. Wir werden bestimmt sterben. Vielleicht auch nicht. Kannst du mal bitte... Das ist ja voll kompliziert hier. Hier nimm den. Und am besten nehmen wir mal hier so einen leichten. Kann ja nicht schaden. So. Dann... Entschärf mal die. Eine Falle? Ja, das ist eine Falle. Au! So. Du nicht. Du entschärfst bitte die Falle. Und die auch? Du bist wahrscheinlich gleich tot. Und die auch? Du bist wahrscheinlich gleich tot. Aber... Was war das? Achso. Bist du bald mal fertig? Wie sieht es bei euch aus? Sehr gut macht ihr das. Sehr gut. Ähm... Ach du lieber Gott. Das sind ja auch nochmal drei. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Das sind alles Fallen. So. Bitte jetzt diesen hier angreifen. Hey Jana, du auch? Huch. Kommst du dran, ne? Ja. Sehr gut macht ihr das. Sehr gut. Du musstest wahrscheinlich gleich mal was trinken. Oh. Hey. Dir geht es gar nicht gut. Merkst du das auch? So, warte. Dann nimm du mal was. Dir geht es super. Dir geht so lala. Du kannst auch so einen leichten nehmen und du kannst mal so einen normalen nehmen. Ja, ihr greift da noch an, ne? Fleißig. Sehr gut. Ach, Himmel die Berge. So ein Fallenraum ist schon fies. Ich musste mal gucken, ob die auch noch weitermachen, ne? So. Sehr gut. Jetzt den. Eins nahmen anderen, um ja nicht zu überstürzen, um ja nicht irgendwelche Feilen hier ausgenommen. Sehr gut. Hier. Wir sind gleich soweit. Wir sind gleich soweit. Es kann nicht mehr lange dauern. Gar kein Problem. Was für lustige Geräusche. Ja, das kann man so sagen, ne? Irgendwie. So, wir haben es gleich geschafft. Wieso lebt der noch? So. Waren das alle? Oh Gott. So. Huch. Entschuldigung. Falsche Taste. So. Hier. Das können wir natürlich nicht nehmen. Was können wir denn sonst tun? Hm? Sag mal. Wieso braucht ihr eigentlich nie irgendwelche Sachen? Kann mir das mal jemandem verraten? Ach komm hier. Weg damit. Ach. Ja. Wegen mir. Kannst du dich auch damit einreiben? Vielleicht hilft es ja. So. Hm. Langbogen. Weg. Ja. Zerstören den einfach. Ist egal. Sag mal hier. Da reicht es, wenn wir den besseren behalten. Der kann weg. Lederhelme. Ja. Brauchen wir auch nur den besseren. Tippi, tippi, tippi. Hier. Auch weg. Das werde ich eventuell noch bereuen. Aber das ist mir jetzt egal. Ich brauche jetzt hier Platz. Ganz einfach. Wir brauchen Platz. Wir können nicht immer alles behalten. Das weg. Das ist auch weg. Ich würde es ja lieber verkaufen. Hier weg. Kleiner Schild. Keine Ahnung. Der weg. Ringe, die nichts bringen. Die können eigentlich auch weg. Weg damit. Ist zwar schade, weil wir wahrscheinlich, äh, die gut verkaufen könnten. Aber nun ja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Was kann der Schild noch gebrauchen? Kleine Statue eines Dämones aus einem Stück Onyx. Ich weiß nicht. Es ist ein Stein. Bringt das was? Spezialgebäude, Ochsen, Knochen. Da kann er noch nichts mit anfangen. Mit Topaz und so vielleicht. Aber das sind keine Geschenke. Hm, 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 hm. Ist nicht besser. Na, ein bisschen vielleicht. Die Josefine. Nö. Gut. Ja. Ja. So, hier lag keiner rum. Da war auch nichts. Wieso hast du diese Falle nicht gesehen? Hallo? Das ist doch nicht wahr. Sag mal. Weißt du? Gibt es hier voll die Mühe mit dem Fallen ausmachen und so? Und dann? Haben wir aber leider noch welche, die man nicht sieht. Ist ja nett. Natürlich. Das ist echt nett. Das ist echt ein Spiel. Danke. So. Gib mir die Feuerfeile. Wow. Ein Schild. Und dafür haben wir das jetzt alles gemacht? Ne. Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Abenteuer-Tagebuch. Der intensive muffige Geruch dieses Buches stammt nicht von altem Papier, sondern einem verrottenden Leichnam. Schön. Sehr schön. Hier ist nichts. Okay. Da müssen wir rein. Muss mich aber unbedingt ein bisschen einsalben. Das ist sehr wichtig. Feuerfeile, genau. Die wollte ich noch der Liliana geben. Hier bitte. Wenn das so weiter geht, brauchst du bald eine andere Waffe wieder, ne? Kann das sein? Achso. Hier. Aufstieg. Bitte. Einmal aufsteigen. Danke. Klugheit ein bisschen. Und viel Geschicklichkeit. Weder. Hier. Komm. Mach du wenigstens das. Ach. Das konnte ich gar nicht. Das konnte ich vorhin gar nicht. Okay. Habe ich ja doch nichts falsch gemacht. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja. Schlösser öffnen können wir. Das musst du nicht können. Hier. Mach mal Dinge mit dem Bogen. Wollte ich gar nicht. Ah. Aber ist okay. Wen haben wir denn hier ausgewählt? Achso. Das geht automatisch. Sehr gerne. Du sollst aber einfach nur mehr Stärke und so machen. So. Was kann man bei dir? Ja. Pff. Überleben. Hä? Das können wir gar nicht. Was soll denn der Quatsch? Fallenbau. Benötigt zwölf Klugheit. Ja. Hätte ich das mal früher gewusst. Bitteschön. Zwölf Klugheit. Wenn du unbedingt willst. Tja. So. Dann haben wir schwere Waffen. So. Ne. Hier zwei Hände. Ja. Ist ja dasselbe. Hier nimm mal das. Das klingt gut. So. Weiter. Weiter. Ich will wenigstens hier wieder rauskommen, bevor ich wieder eine neue Aufnahmesession mache. Mein Hals tut zwar langsam weh, aber... Tja. Ich würde... Nein. Wir jammern heute nicht. Heute ist nicht Mittwoch. Deswegen jammern wir heute nicht. Es wird nur Mittwochs gejammert. Huch. Huch. Wer ist denn da? Skelettbogenschütze Dämon und andere. Achso. Ja. Okay. Hi. Na, wie geht's denn euch so? Achso, huch. Greif den mal an. Kommt ihr auch? Achso, oh, ich muss das... Das war das Falsche. Das macht nichts. Ich krieg das auch alleine hin. Wo seid ihr denn? Könnt ihr mal kommen? Meine Kräfte sind euer. Sag mal. Kommt ihr bitte. Macht ihr auch alle alleine fertig. Aber es wäre schön, wenn ihr mit dazukommt. Wirklich. Es wäre wirklich sehr schön, wenn ihr kommen würdet. Nö. Nö, er kommt nicht. Ich merke das schon. Willst du mich verarschen? Jetzt? Kommt mal bitte her. Wo treibt ihr euch denn rum? Ach, die Chefin macht das schon. Wir müssen ja nicht helfen. Wie ihr meint. Unglaublich. Alles klar. Entschuldigung. Es war wieder falsch. Was? Was war das denn jetzt schon wieder? Ach, du da hinten. Ja, wir kommen gleich. Warte doch. Wir sind doch noch nicht so weit. Wir müssen erst mal gucken, ob hier irgendwelche Bücher sind, die wir lesen können. Hörst du auf? Ich habe gesagt, wir sind noch nicht so weit. Der hört echt schlecht. Ist ja Drecksschatten. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Ja, Gewalt ist eine Lösung. Huh. Das ist aber gemein. Okay. Nimm wir erst den. Schon tot. Jetzt den. Ich glaube, er berührt sich doch. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, er berührt. Sag mal, Chey, hinter dir steht einer. Kannst du den bitte? Ach, mir egal. So, greif ihn an. Greif ihn an. Stan, los. Ah, oh Gott. Stan. Was soll denn das? Kannst du mal irgendwas da? Der Dritte. Warte mal. Hast du nicht irgendwas? Mach doch das mal. Ich weiß auch nicht. Ah, hier. Jetzt. Ach komm, hier. Greif du den an. Du greifst einfach weiter den an. Sehr gut. Stehlen. Nee, stehen brauchen wir jetzt nicht. Glied des Heldenmuts brauchen wir auch nicht. Ja, du machst das schon. Du machst das schon, ist alles kein Problem. Hier. Vielleicht, wir haben doch einen Bogen. Vielleicht hilft der ja besser. Haben wir einen Bogen? Nee, wir haben einen. Es ist ein bisschen wenig. Nee, es wird glaube ich nichts. Ach komm, hier. Greif du mal den an. Guck mal, die machen das schon. Der kriegt schon sein Fett weg da. Da hier, guck mal, da ist noch wer. Du hast einen Pfeil im Arsch. Ist nicht gut. Und du brauchst mal ein bisschen Heilung. Sehr gut. Und jetzt hier, hau drauf. Und jetzt auf den. Sehr gut machst du das. Sehr gut. Guck mal, da sind noch welche. Ja, Gewalt ist in diesem Fall eine Lösung. Der lebt noch. So, haben wir es jetzt alles hier?